Erste Besprechung. Und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. So ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, wer will dich sehen? Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Neuen Bonus freigeschaut. Okay, das ist bevor wir hier überhaupt einquartiert wurden. DPA, Nation Defense Laboratory, Nathan Dawkins. Okay, dann gehen wir mal zu ihm. Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennen zu lernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Jody, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, äh, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Kann ich nicht sagen. Seit deiner Geburt? Ja, keine Ahnung. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Das weiß ich leider auch nicht. Kannst du ihn, äh, für mich malen? Das interessiert mich jetzt auch, wie er aussieht. Hm. No. Ey. Ey, ey. What the hell? Ich zieh nach rechts. Wow. wo hat sie wohl diese ganzen kratzer an den armen stört sich wenn ich es ansehe also dieses ding ist ein freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine schnur ist er jetzt gerade hier kannst du ihn bitten was zu machen ich muss übernehmen du sagst ihm was er tun soll und er macht es dann ich sag ein nicht was er tun soll niemand kann das er ist wie ein löwe im käfig wir sind verbunden er kann nicht weggehen es macht ihn richtig wütend es ist nicht meine schuld ich will ja auch dass er geht er kann einem manchmal auch richtig angst machen und hat er das da auch gemacht willkommen bei der cia mehr 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 Dein Zimmer. Hier lernst du und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training startet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Das ist Ryan. Und da kennen wir ihn aus. Komm schon, Holmes! Hopp, hopp! Ich suche schon ein Bestes. Oh, shit. Los, fest zugreifen! Nutze die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heute noch! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, mach ich. Okay. Nein! 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 Konzentrier dich an... Nein, nein, konzentrier dich doch mal. Ich stelle mich nicht so. Und wenn man schon links ist, kann man noch nicht wieder nach links, mit der Maus. Warten! Nein, 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 zu langsam. Warten Sie bis die Aktion Zeitluke ist, um die Maus zu bewegen. Nein, nein, konzentrier dich doch mal. 0-1 hat es angesprochen. Nein, nein, konzentrier dich verdammt noch mal. Warte, ich drücke nach vorne. Nein, nein, konzentrier dich verdammt noch mal. Fabi, das hast du denn jetzt. Ich weiß nicht, wie man es eigentlich macht. Jetzt. Jetzt. Endlich. Vielleicht. Ich habe es dann gleich gemacht. In Deckung. Zieren. Schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Kapische. Anton! Komm raus da! Feuer! Komm schon! Deckung! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Nicht hier! Ganz ruhig! Gut! Nice! Und hinten will... In der Karte eigentlich... Ich drücke mit dem Maus genau das, was ich machen muss. Aber du musst die Maus genau und klar behalten. Das ist echt schön fest. Ein Körgleichs, ein Kör, ein D-Kör. Und die in... Ich verstehe nichts. Exzellent, Jodie. Okay, Rekrut! Jetzt hau diese Ölfässer da um! Gut! Und jetzt weiter! Boah, wie die mich... ...wie eine Maschine benutzen. Nee, mich doch nicht! Nee! 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 Joes' Arme sich zur rechten Seite des Bildschirms begrennt! Nee! 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 Wie sie sich freut... Schneller! Und lass den Fett-Arsch unten! Ich werde da wahrscheinlich sehr oft verkacken. Mach so'n Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Er ist tot! Go, Jodie! Ich möchte noch mehr kämpfen. Oh, ich kann... Oh, ich kann... Oh, ich kann... Ja, wie ist das? Die sind auf der Wunde, fucking hell. Jetzt kommt es schon. Steuerung hochziehen würde ich sagen. Hä? Ich drück doch die Scheiße. Das ist schwierig das Zeugs hier. Gehen zwei Leute. Nicht übel. Gehen zwei Leute. 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 Das war's für heute. Ja, genau was, ob er mich gar nicht bemerkt hat. Wo ist die Flagge? Ja. Das ist übel, Jodie. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wär das dein allerletzter blöder Spruch, Ryan. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Okay. Nice, danke schön. Danke, Sir. Na, Jodie. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlichen Glückwunsch. Mag mich der Typ wohl nicht so. Willkommen bei der CIA. In guter Form 78%. Während des Trainings nicht entdeckt 57%. Fantastisch im Kämpfen 79%. Nice, dann wurden wir also jetzt bei der CIA aufgenommen. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier bei Beyond Two Souls. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss. Kür empreser Direct dauert etwas durchs Kurzschildesinov. lên – SieENTer repartiert BEIOT. Tschüss. Und wir schauen dann ja immer wieder. dwarf Allem gewöhnen. Bewusst ja immer ein Ende. american b место egoist sind schlägt die Leute, die Menschen зач behöver. Und das Release ist fatal klar, nicht zu wollen. Amen.